Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Schrei nicht, sonst schieße ich. Okay, okay. Ich werde komplett schweigen. Wie bist du ins Haus gekommen und hast den Safe geöffnet? Beide sind mit einer Geheimzahl gesperrt. Das geht dich nichts an. Sag mir, wo gibt es andere Geld in diesem Haus, sonst schieße ich. Bitte, tun Sie dies nicht. Hier ist kein Geld mehr. Zwing mich nicht, auf dich zu schießen. Nimm diese Kette und töte mich nicht. Diese Kette ist 50.000 Euro wert. Okay. Ich werde dir glauben. Ich nehme das Geld und die Kette und gehe. Wenn ich deine Stimme höre, werde ich dich erschießen. Zwei Stunden vorher Hallo Sarah. Alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, dass du gestern Geburtstag hattest. Vielen Dank, Lisa. Woher weißt du? Ich habe das gestern in deinem Facebook-Post gesehen. Ja, das ist richtig. Tut mir leid, dass ich dich nicht eingeladen habe. Ich habe dich vergessen. Kein Problem, Sarah. Alles gut. Ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Okay, Lisa. Hallo Sarah. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dich und Lisa reden gehört. Danke, Markus. Es war eine wunderbare Feier. Ich habe alle meine Freunde zur Party eingeladen. Außer Lisa natürlich. Und warum denn? Lisa hasst mich und bringt mich bei der Arbeit immer in Schwierigkeiten. Aha. Deshalb sagtest du, du hättest vergessen, sie einzuladen. Und du bist wirklich weder bei Facebook, noch bei MySpace, oder Twitter? Nein. Ganz bestimmt nicht. Ich will mich nicht so in die Öffentlichkeit stellen. Wer da alles deine Daten sehen kann. Nein, danke. Da gibt es doch genug Absicherungen. Außerdem setze ich nur Daten ins Internet, die ruhig jeder lesen kann. Aber du kannst dadurch gezielt von Firmen mit Werbung angeschrieben werden. Alles, was du im Internet machst, kann beobachtet und ausgewertet werden. Hast du dich nicht gewundert, warum du meistens Werbung für Artikel bekommst, die in irgendeinem Zusammenhang mit dir stehen? Das ist mir schon klar. Aber genau das gefällt mir ja. Stell dir vor, du würdest ständig mit Werbung überschüttet, die dich überhaupt nicht interessiert. Da ist es doch viel sinnvoller, nur Werbung zu Produkten zu erhalten, die du dir vielleicht auch kaufst. Das brauche ich genauso wenig wie diese Unmengen von Werbung im Briefkasten. Ich finde das nur ärgerlich. Und glaubst du nicht, dass es genügt, zu telefonieren, oder SMS zu schreiben, um mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben? Es stört oft, wenn das Telefon klingelt. Da schreibe ich lieber eine SMS. Aber ich will mich ja gar nicht immer mit jemandem austauschen. Manchmal will ich auch nur kurz sehen, wie es ihm geht, oder etwas mitteilen, was ich gerade mache. Findest du das nicht toll? Wenn ich mit jemandem Kontakt haben möchte, der weit weg wohnt, dann schreibe ich E-Mails, oder wir skypen. Das funktioniert genauso gut. Oh Markus, du bist wirklich so altmodisch. Das sagen auch viele über mich. Ich habe heute meine Arbeit beendet. Bis morgen an einem neuen Arbeitstag. Oh, Sarah hat diese Schlüssel hier vergessen. Ich werde sie anrufen und ihr sagen, dass sie die Schlüssel vergessen hat. Hallo Sarah, du hast deine Schlüssel im Büro vergessen. Ja, ich habe sie nicht in meiner Handtasche gefunden. Sie sind die Schlüssel zum Haus. Die Schlüssel zum Haus? Keine Sorge. Ich hole die Schlüssel sofort für dich. Ohne sie kannst du das Haus sicherlich nicht betreten. Ich habe dir gesagt, Markus, du bist altmodisch. Mein Haus ist Smart House. Ich öffne das Haus durch eine Geheimzahl an der Tür. Ich lebe allein zu Hause. Aber natürlich ist es kein Problem, wenn du kommst. Lass uns zusammen Kaffee trinken. Okay Sarah, ich komme zu dir. Warum stehrt die Haustür offen? Ist Markus vor mir nach Hause erreicht? Natürlich nicht. Als er mit mir sprach, war er noch in der Firma. Ich werde sehen, was drinnen los ist. Oh, ein Dieb? Schrei nicht, sonst schieße ich. Okay, okay. Ich werde komplett schweigen. Ich bin fertig damit, das ganze Geld aus dem Safe zu nehmen. Sag mir, wo gibt es andere Geld in diesem Haus? Wie bist du ins Haus gekommen und hast den Safe geöffnet? Beide sind mit einer Geheimzahl gesperrt. Das geht dich nichts an. Sag mir, wo gibt es andere Geld in diesem Haus? Sonst schieße ich. Bitte, tun Sie dies nicht. Hier ist kein Geld mehr. Zwing mich nicht, auf dich zu schießen. Nimm diese Kette und töte mich nicht. Diese Kette ist 50.000 Euro wert. Okay. Ich werde dir glauben. Ich nehme das Geld und die Kette und gehe. Wenn ich deine Stimme höre, werde ich dich erschießen. Sarah, geht es dir gut? Ja, ich bin okay. Danke Markus, dass du zur richtigen Zeit gekommen bist. Dieser Dieb hat mein ganzes Geld gestohlen. Ich rufe die Polizei, damit sie ihn festhalten. Warte, Markus. Ich möchte ihm eine Frage stellen. Wie bist du ins Haus gekommen und hast den Safe geöffnet? Deine Kollegin hat mich die Geheimzahl für Haus und Safe gesagt. Meine Kollegin? Wer ist sie? Sie heißt Lisa. Lisa? Sie sagte, sie ist deine Kollegin bei der Arbeit, und sie weiß alles über dich. Sie hat mir gesagt, wir teilen das Geld, das ich im Haus finde. Woher kennt Lisa diese Informationen über dich, Sarah? Wie ist sie die Geheimzahl für Haus und Safe gekannt? Ich habe mich jetzt erinnert. Ich habe gestern auf Facebook geschrieben, dass ich meinen Geburtstag sehr liebe. Ich habe geschrieben, dass alle meine Geheimzahlen der Tag meiner Geburt sind. Ich habe dich wiederholt davor gewarnt, deine Daten in die Öffentlichkeit zu stellen, Sarah. Ja, Markus. Du hattest recht. Es ist okay, Sarah. Es ist nicht die Zeit für Reue. Aber ich bin wirklich schockiert von Lisa. Wie macht sie das? Sie ist nun in den Diebstahl verwickelt. Was wirst du mit ihr machen? Wir werden diesen Dieb lassen gehen. Dann gehen wir zu Lisa und fragen sie, warum sie mir das angetan hat. Lisa. Wir haben den Dieb gefangen, den du geschickt hast. Warum hast du mir das angetan? Ja, Sarah. Ich bin eifersüchtig von dir. Du postest deine Fotos täglich in den teuersten Restaurants. Du postest deine Bilder immer, während du einkaufen gehst und schicke Klamotten kaufst. Mein Mann arbeitet seit acht Monaten nicht mehr und unser Geld geht fast zur Neige. Ich sagte mir, was passieren würde, wenn ich etwas Geld von dir nehme. Das tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dir Geld zu stehlen. Bitte, Sarah, vergib mir diese dumme Tat. Natürlich vergebe ich dir, Lisa. Ich bin derjenige, der sich dafür entschuldigen sollte, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Abonnieren Sie unseren neuen Kanal, Deutschprüfungen, und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Bis zum nächsten Mal.